Auf der Bühne ist er in seinem Element. Seit seiner Pensionierung dreht sich in Heire Müllers Leben alles um die Musik. Gerade hat er sein viertes Album veröffentlicht. Und dennoch, für die meisten Leute ist er der Mr. Tagesschau geblieben. Über zwei Jahrzehnte war er das Gesicht der Sendung. Das will Heire Müller nun ändern. Bei einem Fotoshooting für die Promotion seiner neuen CD will er ganz neue Seiten von sich zeigen. Der Wunsch ist, dass man mich mal ein bisschen noch, einfach zum Anschauen, ein bisschen anders sieht. Nicht immer so brav frontal, mit Brüllen, sauber rasiert, sauber die Haare gestrahlt, gute Anleggen, wie man das bei der Tagesschau gewohnt ist, sondern dass man mal ein bisschen eine Alternative sucht. Und dann geht's los. Der Mr. Tagesschau wird zum Rocker. Das Outfit passt nicht nur besser zu seiner Musik. Heire Müller fühlt sich mit seinem neuen Styling auch wohler. Es ist ja eigentlich so, wenn ich auch tagtäglich rumlaufe, es ist nicht so, dass ich mit Jacket und Krawatten wieder Tagesschau miteinander laufe. Ich bin eigentlich sehr locker, was Kleider angeht. Also das, was ich jetzt zum Beispiel gerade da habe, habe ich gerne. Ob schon sich Heire Müller von seinem Tagesschau-Image verabschieden will, ist er sich bewusst, dass seine TV-Vergangenheit nicht nur Nachteile hat. Ganz am Anfang vor allem, dass sich viele Leute sich nicht vorstellen können, dass ich gut Musik machen kann. Und ich denke, jetzt können wir mal schauen, jetzt müssen wir wirklich mal wissen, ob der Heire Müller wirklich Musik machen kann. Und gekommen sind. Und das ist ein Riesenvorteil. Jetzt wagt er sich stylingmässig und musikalisch in die Fußstapfen seines grossen Idols Bruce Springsteen. Auf Heire Müllers neuestem Album sind alles Cover-Versionen seines Vorbildes zu hören. Bruce Springsteen ist ein Monument und ich glaube, da traut man sich nicht einfach dran. Es sind wunderbare Lieder und man muss denen gerecht werden. Man kann nicht irgendeinen Zeich machen mit diesen Liedern. Was hörst du jetzt lieber? Deine eigene Bruce Springsteen-Version oder das Original? Nein, jetzt im Moment höre ich wirklich meine eigenen lieber. Und zwar eben der wilde Heire, aber er ist ziemlich daheim. Und ich stelle ihn wirklich auf, bis es laut wie es fast nicht geht. Und hoffe, dass meine Nachbarn ihn einmal weglösen. Seine wilde Seite und sein Gesangstalent will er nun auch dem grossen Bruce Springsteen persönlich beweisen. Sein Album soll schon Dean Nes per Post an die Rocklegende gehen. Ich glaube, Bruce Springsteen wird das sicher bekommen. Und ich hoffe, er wird es auch hören. Und ich hoffe, er wird uns sogar sagen, Heinrich Muller, super. Und ich hoffe, er wird es auch hören. 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 Und ich hoffe, er wird es auch hören.